Nach 34 zum Starterpaar eine kleine Pause. Dann haben wir nämlich das erste Drittel, haben wir dann passé. Wir kommen zu Nicola Pohl. Nicola mit ihrer Chance, Imenta. Nicola hat sich toll vorbereitet im Süden Europas hier auf die Saison in Deutschland. Und... Tja, auch sie mit etwas Zeitverzug und dann mit einem Abwurf und sechs, sechs Punkte, die wir uns da notieren müssen. Nicola Pohl und Schiess, die Manta.